Sprüche 25, Vers 26. Sprüche 25, Vers 26. Das Bild, der Vergleich, der uns vor Augen geführt wird, ist eine Quelle, ein Brunnen. Für uns ist es so, dass wir, wenn wir Durst haben, wir brauchen einfach nur einen Wasserhahn aufdrehen. Was kommt raus? Sauberes, reines Wasser. Wir haben Wasser immer zur Verfügung und immer in der besten Qualität. Wir kennen das nicht, diese Abhängigkeit von einer Quelle, von einem Brunnen, der gut ist. Und diese Unsicherheit, diese, ja, dieses, ja, ist das Wasser, was hier ist, wirklich sauber? Ist es wirklich gut? Und die Hirten, die Hirten, die umherzogen, die Nomaden, die Vorväter Israels, sie zogen umher und, ja, sie gruben immer wieder einen neuen Brunnen. Und das Volk Israel, das durch die Wüste geführt wurde, ja, Gott hat es immer wieder zu Wasserquellen geführt, wo sie ihren Durst stillen konnten. Aber es gab auch diese Situationen, wo irgendwie das Wasser ausging und sie dann nichts fanden und dann der Durst anfing zu quälen. Und dann kamen sie endlich zu dieser Wasserstelle, zu dieser Quelle, aber sie konnten es nicht trinken, weil es verunreinigt war. Sie waren durstig und konnten ihren Durst mit dem Wasser, was da war, nicht stillen. Wenn wir uns dieses Bild vor Augen führen, jetzt zeigt uns Salomo, die Weisheit Gottes zeigt uns den Vergleich auf, ja, so ein existenzieller Mangel wie eine getrübte Quelle. wie ein verdorbener Brunnen, so ist ein Gerechter, der vor einem Gottlosen wankt. Jetzt müssen wir uns die Aufschlüsselung erstmal auch nochmal vor Augen führen. Was wird hier eigentlich gesagt? Hier wird gesagt, dass der Gerechte eine Quelle ist, ein Brunnen. Und ich gehe gleich mal auf den Punkt hin. Jesus hat darüber gesprochen mit der Frau am Brunnen und hat ihr gesagt, du hast in dir eine tiefe Sehnsucht. Du suchst nach einer Quelle in deinem Leben und suchst und suchst und findest sie nicht. Und ich sage dir, wo diese Quelle zu finden ist, ich habe diese Quelle und ich gebe dir das Wasser, das ewige Quellwasser, das lebendige Wasser. Aus mir fließt es. Der Gerechte ist eine Quelle. Er ist der Gerechte. Wie wir oft in den Sprüchen sehen, dass der Gerechte in der Einzahl erwähnt wird, gegenüber den Gottlosen, die oft in der Mehrzahl genannt sind. Das erinnert uns daran, dass es nur den einen Gerechten gibt. Aus ihm kommt dieser ungetrübte Quell des lebendigen Wassers. Was bedeutet das? Der Gerechte ist eine Quelle, ist ein Brunnen. Ja, von ihm nehmen wir, von ihm empfangen wir das, was unsere Seele braucht. Liebe, Geborgenheit, Annahme, Vergebung, Frieden. All das kommt von ihm. Er sagt es uns zu. Er gibt es uns. Er schenkt es uns. Aber es ist noch mehr. Diese Quelle ist auch die Quelle eines tiefen Bedürfnisses, eines Mangels in uns Menschen, die wir auch im Natürlichen sehen. Wenn ein Kind geboren wird, hat ein Kind nicht nur Bedürfnis danach, dass es geliebt wird und dass es zu essen und zu trinken hat und alles, was es braucht, sondern was braucht dieses Kind auch? Es braucht ein Vorbild. Es braucht Orientierung. Es braucht jemanden, dem es nachfolgen kann, von dem es lernen kann. Und so ist Christus gekommen, nicht nur, um unseren Mangel, unsere tiefe Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit zu erfüllen, sondern um uns auch herauszurufen und zu sagen, kommt zu mir, lerne von mir, folge mir nach. Ich bin derjenige, der dein Bedürfnis, dein Mangel nach Orientierung stillen kann. Folge mir nach, folge meinen Fußstapfen nach. Werde mein Jünger, meine Jüngerin. Wisst ihr, und so ist es. Jeder Mensch, der zu Jesus kommt und von ihm trinkt, was sagt Jesus? Von dir werden, in dir wird eine Quelle sein, die ins ewige Leben quillt, wenn du von diesem Wasser trinkst. Du empfängst selber diesen Heiligen Geist. Jesus kommt in dich und in dir fängt es an zu sprudeln. Und was heißt das? Dass aus uns Wasser des Lebens herausfließt zu anderen, die auf der Suche sind, die danach fragen, wo gibt es dieses Wasser? Und du hast es selber in dir und kannst es teilen, kannst es weitergeben. Es ist Jesus, es ist der Gerechte. Er hat meinen Durst gestillt. Er hat mich erfüllt und er hat mich zu sich gerufen und in seine Nachfolge gerufen. Von ihm trinke ich Tag für Tag. Ihm zu folgen, ist das, was meinen Durst stillt. In der Nachfolge finde ich Sinn, Orientierung, findet mein Leben das Ziel. Der Gerechte ist diese Quelle, ist dieser Brunnen. Und ja, dadurch, dass wir gerecht gemacht wurden, Gott hat uns gerecht gesprochen, du und ich, wir sind nicht gerecht. Ja, wir sind nicht auf dem rechten Weg gegangen. Wir sind alle in die Irre gegangen, wie Schafe ohne Hirten. Ein jeder auf seinem Weg. Wir sind für niemanden eine reine Quelle gewesen. Aber er hat gesagt, du sollst rein sein. Ich mache dich zu einer Quelle, von der man trinken kann. Ich spreche dich gerecht. Und so fängt an, das Wasser des Lebens in uns zu fließen und aus uns heraus zu fließen zu anderen. Und Menschen werden angezogen. Sie sehen etwas in uns. Ja, es kann sein, dass du vielleicht nie groß darüber gesprochen hast, dass du Christ geworden bist, dass du Jesus liebst, dass du ihm nachfolgst. Aber wisst ihr, das Licht, das in dir ist, das kann nicht verborgen bleiben. Die Stadt, die auf dem Berge ist, kann nicht verborgen bleiben. Das Licht leuchtet in der Finsternis und es leuchtet hindurch, durch dein Leben. Ob du nun viel darüber redest oder wenig. Aber wenn du Jesus wirklich liebst und ihm nachfolgst, bleibt es nicht verborgen. Die Menschen um dich herum, die wissen, ja, der ist irgendwie Christ. Der ist irgendwie, ja, der glaubt irgendwie so. Der ist, und dann sagen sie dann so was wie, sie können gar nicht die richtigen Begriffe, sie finden gar nicht die richtigen Worte dazu. Sie sagen dann so, ja, du bist doch auch so gläubisch oder so. Oder irgendwie so was, sagen die dann so. Oder, ja, du und dein Gott, was ihr darüber wieder denkt. Oder manchmal fragen die Leute richtig ganz konkret, hey, sag mal, du bist doch irgendwie gläubig. Was sagst du denn dazu? Wir müssen da meistens gar nicht so viel selber erzählen. Die Leute fragen dann. Und so hat Jesus das gesagt. Ich bin das Licht der Welt. Von mir geht die Energie aus. Für das Leben. Aber dann sagt er auch, ihr seid das Licht der Welt. So ist er die Quelle des Lebens. Aus ihm fließt das Wasser des Lebens. Aber er sagt, wenn du von diesem Wasser trinkst, dann wird in dir eine Quelle entstehen, die ins ewige Leben quillt. Und so fließt aus unserem Leben die Liebe Gottes. Der Geist Gottes wirkt durch uns hindurch zu Menschen. Und sie erleben diese Liebe. Sie erleben die Barmherzigkeit. Sie erleben die Vergebung. Sie erleben die Weisheit Gottes. All diese Dinge fließen aus unserem Leben heraus. Nicht, weil wir es haben. Weil wir es drauf haben. Weil wir so cool sind. Nein, das Einzige ist, dass wir Jesus haben. Und durch Jesus ist eine Quelle in uns entstanden, die aus uns heraus quillt. Und so können wir für Menschen zum Vorbild werden. So können wir zu Menschen werden, an denen sich andere orientieren können. Und so sagt Paulus das auch. Folgt mir nach, so wie ich Christus nachfolge. Aber was ist, wenn die Quelle getrübt ist, der Brunnen verdorben ist? Und dann löst sich das Bild hier auf. Ein Gerechter, der vor einem Gottlosen wankt. Man kann noch viel dazu sagen. Ich will es auf den Punkt bringen. Der Gottlose, der Erzgottlose, das ist der Teufel. Wenn der Gerechte aber vor dem Teufel wankt. Der Teufel hat ja viele Namen und viele Dinge, die er tut. Aber eins der wichtigen oder der wesentlichen Dinge, die er tut, eins der Hauptdinge, die er tut, ist, er ist der Versucher, der Verführer. Und als solcher ist er an Christus herangetreten. In größter Schwachheit. Gott hat Jesus in die Wüste geführt. 40 Tage lang hat er gefastet. In großer Schwachheit. Er war vollkommen fix und fertig. Körperlich. Am Rande des Todes. Völlig abgemagert. Völlig entkräftet, wenn du so willst. Und wie ist das in unserem Leben? Wenn du schwach bist, wenn ich schwach bin, wenn es mir körperlich nicht gut ist, was passiert dann? Meine Seele ist auch down. Und meine geistliche Kraft ist auch sehr minimiert. Wenn es mir schlecht geht, wenn ich Schmerzen habe, was bin ich an? Dann bin ich dünnhäutig. Leicht reizbar. Ja, so ist das als Mensch. In meinem Fleisch regiert mein Empfinden, meine Gefühle. Meine körperlichen Dinge, die regieren mich. Wie ist es aber bei Jesus, als der Sohn Gottes getauft und erfüllt mit dem Heiligen Geist, zieht er hinein in die Wüste, so wie ihn Gott führt. Ja, Gott führt uns manchmal in solche Zeiten der Schwäche hinein. Das heißt nicht, dass er uns nicht liebt. Aber er hat etwas vor. Und hier geht es darum, dass Jesus nach diesen 40 Tagen des Fastens in der körperlichen Schwäche die Kraft des Heiligen Geistes demonstriert und den Teufel überwindet. Mitten in seiner Schwäche versucht ihn der Teufel und sagt, komm, iss doch. Schaff dir doch selbst was zu essen. Mach aus diesem Stein Brot. Das ist immer wieder ein coolen Gedanken, wenn Jesus sagt, unser Vater ist ein guter Vater. Der wird nicht, wir, wir bösen Väter, wir bösen Menschen, wir sind doch sogar gut zu unseren Kindern und werden unseren Kindern nicht einen Stein geben, wenn sie nach einem Brot fragen. Aber was macht der Teufel? Er gibt Jesus einen Stein in seinem Hunger und sagt, du kannst das doch zu Brot machen. Mach das mal. Aber wisst ihr, Jesus sagt, nein. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes ausgeht. Und was macht er, wenn er das hier sagt? Er zitiert nicht das Wort Gottes als so eine magische Formel. Wir hören davon, wir wissen irgendwie, das Wort Gottes ist ein Schwert irgendwie und das müssen wir benutzen im geistlichen Kampf. Es ist nicht eine magische Formel. Er spricht jetzt hier nicht magische Worte und dadurch muss der Satan dann zurückweichen, so wie wir das so aus den Vampirfilmen kennen. Ich weiß nicht, kennt vielleicht einer diese Geschichten. In der Vampire musst du, da musst du ein Kreuz denen vorhalten oder musst du irgendwie Knoblauch um dich tragen, damit sie dann zurückweichen oder so. So ein Quatsch irgendwie. Aber damit kannst du den Teufel nicht zurückschlagen. Aber was ist es, was Jesus überwinden lässt? Es ist die Treue zu seinem Vater. Er sagt, ich lasse mich nicht trennen von meinem Vater. Ich bleibe in der Gemeinschaft, in der Liebesgemeinschaft mit meinem Vater. Ich lasse mich nicht dazu verführen, die heiligen Gaben Gottes zu missbrauchen. Ich habe Ehrfurcht vor meinem Vater. Ehrfurcht und Liebe zu Gott, darum geht es in der Überwindung. Und so benutzt er das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ja die Offenbarung Gottes. Gott offenbart sich selbst, offenbart auch seinen Willen. Und wenn Jesus das Wort Gottes zitiert, dann geht es nicht einfach darum, dass er, wie gesagt, diese magische Formel spricht, sondern dass er deutlich macht, ich kenne den Willen Gottes. Ich kenne meinen Gott, er hat sich mir offenbart. Und ich widerstehe dir, Satan, der du versuchst, mich zu trennen von meinem Gott und von seinem Willen. Ich bleibe in seinem Willen. Und das ist das Höchste für mich. Und es bleibt das Höchste für mich. Er ist nicht gewankt in der Versuchung. Wisst ihr, und es geht hier nicht nur um den Kampf gegen einen äußeren Feind, gegen den Teufel. Paulus macht uns deutlich, dass unser Kampf ein Kampf ist, der in uns stattfindet. Der Gerechte, von dem wir hier lesen, ja, das bin ich durch die Gnade Gottes, weil Jesus mich gerecht gesprochen hat, bin ich ein gerechtes Kind Gottes. Wer ist denn aber der Gottlose? Ja, der Gottlose, das ist der in mir, der Alte, Jörg, das Alte, ich, mein Fleisch, wie Paulus es auch sagt. Das ist der Gottlose in mir. Und der Gerechte und der Gottlose in mir stehen in einem Kampf. Geist und Fleisch sind im Kampf miteinander. Und dann bin ich eine ungetrübte Quelle, wenn der Geist in mir siegt und nicht weicht dem Gottlosen in mir. Willst du eine Quelle sein, von der andere trinken können, eine ungetrübte Quelle, ein unverdorbener Brunnen, dann begib dich in diesen Kampf und lerne zu siegen durch die Kraft des Geistes, all das, was in deinem Fleisch ist. Weil sonst wirst du zu einer getrübten Quelle, zu einem verdorbenen Brunnen. Und Menschen kommen und wollen von dir trinken. Sie wollen dir nachfolgen. Sie schauen auf zu dir, vielleicht deine Kinder. Vielleicht die Kinder und Jugendlichen, die du betreust, deine Mitmenschen, deine Nachbarn. Ja, sie wissen, du bist doch Christ. Und dann ist deine Quelle getrübt, verdorben. Gott möchte, dass wir uns reinigen, immer wieder. Und auch heute, dass wir uns reinigen. Und das besteht darin, dass wir Christus, den, der für uns überwunden hat, dass wir ihn zu dem Überwinder machen in uns. Dass wir es zulassen, dass er uns überwindet. Vers 27 Zu viel Honig essen ist nicht gut. Und das Suchen von Ehre bleibt ohne Ehre. Diese zweite Vershelfe ist schwer zu übersetzen. Da gibt es auch andere Übersetzungen, die da was ganz anderes zu sagen. Deswegen, wir lassen es jetzt hier erstmal zur Seite. Das ganze Thema Ehre kommt noch. Zu viel Honig essen ist nicht gut. Hatten wir auch schon letzte Woche. Das ist eigentlich nur eine Erinnerung. Und wenn die Ärzte das sagen, wenn die Zahnärzte das sagen, wenn die in der Schule, die Lehrer, Ernährungspyramide, kennt ihr doch alle, das haben die sich nicht ausgedacht. Das steht schon in der Bibel. Zu viel Honig essen ist nicht gut. Kannst du dir irgendwie auf den Schrank schreiben, wo du sonst so deine Süßigkeiten bunkerst? Kannst du dir da ja mal diesen Vers draufschreiben? Okay, wir gehen weiter. Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer. So ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Es geht weiter mit dem Thema. Ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Paulus sagt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Treue, Güte, Sanftmut. Ich zitiere das aus dem Kopf. Es ist wahrscheinlich anders. Milde, Sanftmut, Langmut, Geduld. Aber was ist es auch noch? Selbstbeherrschung. Wisst ihr, Gott hat seinen Geist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Christus in mir. Er macht mich zu einem Kind Gottes. Ein Kind Gottes ist ein, ja, ist dem Vater ähnlich. Jesus als das einzige Kind Gottes ist dem Vater ähnlich, ist dem Vater gleich. und es bezieht sich auf unser Herz, auf unseren Charakter, auf unsere Eigenschaften. Und so gießt Gott seinen Geist in uns aus, um uns zu solchen Kindern Gottes zu machen, die so sind wie er. Und er gießt seine Liebe aus, die erstmal darin besteht, dass er uns liebt, dass er treu uns ist, dass er gütig zu uns ist, dass er geduldig mit uns ist. Ja, Gott ist sogar selbst beherrscht uns gegenüber. Er ist langsam zum Zorn. Er lässt nicht einfach seinen Zorn an uns aus, so wie wir es verdient haben, sondern er hält sich zurück. Und dann möchte er aber, dass so wie er das ausgießt in unser Leben, wie er zu uns ist, dass das in uns durch seinen Geist dazu führt, dass wir verwandelt werden in sein Ebenbild und genau diese Eigenschaften in unserem Leben wachsen als eine Frucht. Und dazu gehört die Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist tatsächlich eine gute Eigenschaft Gottes. Was bedeutet das? Selbstbeherrschung ist, wenn ich nicht mehr hin und her getrieben werde, sondern wenn ich der Herrschaft Gottes Folge leisten kann. Ich bin nicht mehr abhängig von meinen Hochs und Tiefs. Ich bin nicht mehr abhängig davon, ob ich gut geschlafen habe oder schlecht geschlafen habe. Ich bin nicht mehr davon abhängig, mit welchem Fuß ich aufgestanden bin. Es gibt ja irgendwie diesen blöden Spruch, ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden. Und jeder von uns würde sagen, wenn du genau darüber nachdenkst, dann macht es überhaupt keinen Sinn, ob du jetzt mit dem linken Fuß aufstehst oder mit dem rechten, das ist dasselbe. Macht keinen Unterschied. Sollte doch keinen Unterschied machen, dass wir dann trotzdem unserer Frau, unseren Kindern, unserem Nachbarn, unserem Kollegen einen fröhlichen, guten Morgen wünschen. Wir gehen dann in unserem Fleisch immer von uns aus. Mir geht es schlecht heute. Und dann grummeln wir unseren Nächsten an. Moin. Hat er es verdient? Hat er es verdient, dass ich ihn so anmaule morgens? Nein. ist es Gottes, Charakter Gottes Wesen? Ich habe heute einen schlechten Tag, sprich mich nicht an. Selbstbeherrschung führt uns dazu, dass wir nicht unser körperliches und unser seelisches Wohlbefinden finden oder Unwohlbefinden uns beherrschen lassen. Sondern, dass wir uns von Gottes Willen, von Gottes Wort, von Gottes Geist beherrschen und leiten lassen. Und dass wir uns selbst, Paulus spricht von dem Geist in uns, unser Geist bezeugt zusammen mit dem Geist Gottes, dass wir Kinder Gottes sind. Unser Geist in uns sagt, hey, so wie du dich jetzt verhältst, ist es einem Kind Gottes nicht würdig. Du hast einen ganz anderen Vater, der ist ganz anders. Also, lass dich inspirieren von seiner Liebe, lass dich doch füllen von seiner Liebe, sodass du das auch auslebst. Lass dich vom Geist Gottes leiten. Die, die sich vom Geist Gottes leiten, sind die Kinder Gottes. So sagt es David, obwohl er viele Dinge noch gar nicht so in dem Maße wusste, wie uns dann Jesus die Dinge offenbart hat und die Apostel durch den Heiligen Geist uns die Dinge erklärt hat. David wusste um viele Dinge nicht, hat die Dinge aber trotzdem intuitiv richtig gemacht, in Anführungsstrichen. Was macht er in den Psalmen? Er spricht mit seiner eigenen Seele und er bringt seine eigene Seele in Gehorsam gegenüber dem Geist Gottes und sagt lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen. Ich lasse mir von dir Seele nicht vorschreiben was ich zu sagen und zu machen habe und wie ich zu beten habe nein ich sage dir wo es lang geht Seele Ich schaue auf meinen Herrn und so sagt es der Hebräerbrief das auch in Kapitel 11 schaut auf den Anfänger und Vollender des Glaubens in allen Versuchungen in allen Anfechtungen in allen Kämpfen schau auf ihn der überwunden hat für dich und du wirst in ihm mit ihm durch ihn überwinden und du wirst das was dich runter zieht was dich weg zieht in dir überwinden nein ich lasse das nicht zu und das ist diese Stadt mit der Mauer ist ja diese diese Mauer die niedergebrochen ist die 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 nicht da ist die nicht existent ist eine Stadt ohne Mauer damals war ein gefundenes fressen für den Feind konntest zu was ist denn dann aber diese Mauer diese Mauer ist genau das diese Ehrfurcht und Liebe zu Gott ich lasse mich nicht von meinem Vater trennen ich lasse das nicht zu er ist mir das wichtigste er ist die Nummer eins in meinem Leben ihn ehre und achte ich über alles andere ihn liebe ich über alles andere nichts soll mich trennen von meinem Vater und wisst ihr dass wir solch einen Willen in uns haben ist auch nicht unser Verdienst sondern es ist die Gabe des Heiligen Geistes der Geist der uns festhält so wie Jesus gesagt hat es sind meine Schafe und niemand kann sie aus meiner Hand reißen ich halte sie fest nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes die in Christus Jesus ist er hält mich fest er bewirkt es immer wieder dass in mir sein Geist ruft aber Vater dass ich mich hinwende zu meinem Papa dass ich sage nein Gott ist das größte und das wichtigste und das schönste was ich habe und das will ich nicht wisst ihr wie David das betet nach seiner Sünde er erkannt was er getan hat und er sagt oh Herr nimm doch deinen heiligen Geist nicht von mir deine Gegenwart ist mir so kostbar alles andere kannst du haben alles andere kannst du nehmen aber nimm das nicht von mir dass ich dein Kind bin und dass ich zu dir gehöre ich will es nie und nimmer um nichts in der Welt verlieren dafür ist die Selbstbeherrschung da dass wir nicht umher getrieben sind von unseren Gefühlen von unseren Gedanken natürlich auch nicht von dem was andere an uns herantragen oder was von außen an uns heranträgt die Versuchung des Teufels ja wenn die Gottlosen sich stark machen und uns Angst machen dann nicht klein beizugeben sondern stehen zu bleiben für unseren Herrn einzutreten unseren Herrn zu bekennen so wie er sich am Kreuz von Golgatha zu uns bekannt hat wir gehen weiter in Kapitel 26 wie Schnee im Sommer und wie Regen in der Ernte so unpassend ist Ehre für einen Toren dazu passt noch Vers 3 die Peitsche für das Pferd der Zaum für den Esel und der Stock für den Rücken der Toren also ein Tor sollte nicht Ehre bekommen sondern den Stock Sollen sollen wir verprügeln Nein wir können das auch ganz bildlich nehmen mit dem Stab den Herrscher Stab ist auch die Erziehung gemeint wisst ihr und wir erleben das auch es ist auch gut so dass ich für meine Dummheiten auch bestraft werde das hilft dazu dass ich erkenne dass es bescheuert ist was ich da mache und dass ich vielleicht irgendwann mal die Kurve kriege das abzustellen früher als Student bin ich gerne in die Bibliothek gegangen man hatte ja als Student immer freien Zugang zu den Bibliotheken und konnte da ohne irgendwas zu bezahlen konnte man Bücher ausleihen aber ich in meiner Dummheit in meiner Torheit ich habe mir dann immer so viele Bücher ausgeliehen weil ich bin ja so ein Büchernarr und dann ich habe die gar nicht alle gelesen konnte ich gar nicht ich habe da mal drin geblättert vielleicht hier und da und hier was interessantes und da was interessantes oder ich wollte sie lesen aber ich kam da gar nicht zu aber ich habe mir immer diese riesen packen Bücher angeschleppt ja und dann ist es aber so in der Bücherei musste sie irgendwann wieder abgeben das war immer so eine Sache irgendwie habe ich dann den Termin verpasst habe irgendwie nicht dran gedacht oder ach ja und dann musst du die wieder zurück klemmen und dann habe ich keine Zeit dafür gefunden und dann habe ich das vor mir her geschoben und dachte ja ich mache es morgen mache ich es nächste Woche und dann irgendwann ja Mist jetzt ist die Zeit ja nein jetzt ist das Rückgabedatum abgelaufen kostet schon wieder Geld ne ja Bußgelder ne ich habe die Stabi finanziert glaube ich mit all meinen Bußgeldern so lange hat es gebraucht bis ich das endlich gelernt habe ist gut dass sie mich nicht gelobt haben dafür dass sie nicht mir einen Orden verpasst haben weil ich immer so viele Bücher ausleihe und die so lange habe weil ich so ein interessierter Leser bin und so sondern dass sie mir Bußgelder einen Stock auf dem Rücken geballert haben ist schon richtig so wisst ihr aber so oft handeln wir anders in anderen Zusammenhängen und ich möchte nochmal zu dem Thema Vorbild zurückkommen wer sind unsere Vorbilder wen machen wir zu unseren Vorbildern in unserer Gesellschaft wer wird als Star ganz nach oben gestellt und gesagt guck mal das ist unser Orientierungspunkt die Helden die wir uns aufbauen junge Männer junge Frauen sehr begabt vielleicht Musiker unglaublich begabte Musiker aber menschlich total unreif unweise Toren aber wir sagen guck mal das sind unsere Helden wir geben ihnen die Ehre und was kommt dabei raus wie Schnee im Sommer wie Regen in der Ernte wenn Regen in die Ernte reinfällt dann geht die Ernte kaputt und das ist so nur weil jemand in bestimmten Bereichen sehr begabt ist heißt es nicht dass es gut ist ihm Ehre zu geben wir müssen da vorsichtig sein mit der Ehre Ehre wem Ehre gebührt und die Ehre gebührt Gott und so soll es auch sein die Menschen sollen unsere guten Werke sehen und unseren Vater im Himmel preisen wir müssen echt lernen damit umzugehen Ehre zu empfangen denn das können viele nicht und viele dieser Popstars die gehen darüber kaputt die halten das nicht aus die kommen da nicht mit klar die werden da nicht mit fertig die gehen kaputt und in ihrem kaputt gehen machen sie andere kaputt die sich an sie dranhängen die ihnen nachfolgen also der Tor bekommt den Stock nicht die Ehre jetzt schon spät wie der Sperling hin und her flattert wie die Schwalbe wegfliegt so ein unverdienter Fluch er trifft nicht ein ihr könnt das euch aufschreiben die ihr mitschreibt 2. Samuel 16 Vers 5 folgende finden wir die Geschichte von David der von seinem Sohn flieht und dann kommt da so ein Mann aus dem Dorf raus und wirft mit Erde nach ihm und verflucht ihn und es ist wunderbar zu sehen wie David reagiert sein Mitstreiter Abishai sagt David das lasse ich nicht zu dass du hier verflucht wirst ich nehme das Schwert und schlag ihm den Kopf ab und David sagt lass mal stecken lass mal stecken und er sagt der Herr hat es ihm bestimmt gesagt deswegen lass es zu aber vielleicht ist Gott auch gnädig und schenkt mir Segen statt seinem Fluch und so ist es auch gekommen und Biliam der Prophet der gerufen wurde um Israel zu verfluchen 4. Mose 23 Vers 8 sagt er eine gute Sache obwohl er auch viel Mist gesagt hat Mist gemacht hat auch aber da sagt er wirklich inspiriert durch den Heiligen Geist eine gute Sache Vers 8 von 23 4. Mose wie soll ich verfluchen wen Gott nicht verflucht und wie verwünschen wen der Herr nicht verwünscht hat das ist eine tiefe Wahrheit alle die sich Sorgen machen und Angst haben um Flüche um geistliche Mächte die einwirken auf ihr Leben wenn Gott sich entschieden hat dich zu segnen dann bist du gesegnet da kommt kein Fluch ran an dich und das ist das was Salomo hier auch sagt der Fluch der nicht von Gott gesprochen ist in dein Leben hinein der trifft dich nicht du bist beschützt und bewahrt er fliegt wie eine Schwalbe davon Sprüche 26 zurück antworte dem Tore nicht nach seiner Nahheit damit nicht auch du ihm gleich wirst antworte dem Tore nach seiner Nahheit damit er nicht weise bleibt in seinen Augen was soll ich jetzt machen soll ich ihm jetzt nach seiner Nahheit antworten oder nicht Salomo sagt begib dich nicht auf gleiche Ebene begib dich nicht in ein närrisches Gespräch in ein Torengespräch in ein Gottloses Gespräch hinein auf die gleiche Ebene du wirst ihm gleich bleib bei deinem Herrn bleib bei der Weisheit deines Herrn lass dich nicht auf ein närrisches Gespräch ein aber es kann sein dass du in einem Gespräch mit einem Narren vielleicht durch die Weisheit Gottes ein Wort hast was scheinbar auf der gleichen Ebene ist was aber dazu führt dass die ganze Narreheit offenbart wird es geht hier um Ironie manchmal kann man einem Menschen in seinen närrischen Gedanken dadurch aufwecken dass man ihm tatsächlich dass man die Narheit auf die Spitze treibt eine Antwort gibt die dieser närrischen Frage oder diesem närrischen Reden entspricht und dadurch wird der andere wach und merkt wo bewege ich mich denn hier in welchen Gedanken das ist das was Salomo hier meint es verstümmelt sich die Füße es trinkt Gewalt hat wer Nachricht sendet durch einen Toren dazu passt auch Vers 10 ein Schütze der alles verwundet so ist wer einen Toren in Dienst nimmt und vorübergehend in Dienst nimmt Gott hat ganz klar gesagt wenn ein Mensch Verantwortung übernehmen will im Haus Gottes dann muss er ein reifer Christ sein dann muss er jemand sein wo die Frucht des Geistes schon gewachsen ist jemand muss auch selbst beherrscht sein wenn er ein Diener im Haus Gottes sein will wenn du jemandem Verantwortung überträgst dann übertrag es nicht einem Toren und wenn du Kinder hast die einfältig sind die noch nicht weise sind dann unterweise sie sodass sie Verantwortung übernehmen können führe sie heran dahin dass sie Verantwortung übernehmen können dass sie nicht dumm bleiben wenn du es nicht machst dann werden sie ihr Leben lang solche Dummköpfe bleiben und werden Menschen sein denen du keine Verantwortung geben kannst lehre sie die wichtigen Dinge Treue Zuverlässigkeit Wahrhaftigkeit damit sie auch eingesetzt werden können und Verantwortung übernehmen können schlaff hängen die Schenkel am lahmen herab so ist ein Weisheitsspruch im Mund der Toren das passt zu Vers 9 ein Dornzweig geriet in die Hand eines Betrunkenen und ein Weisheitsspruch in den Mund von Toren manche Menschen benutzen manche Christen benutzen das Wort Gottes die Bibel wie so ein wie so ein Holzhammer oder so ein irgendwie so eine hauen Menschen das Wort Gottes um die Ohren wie ein Betrunkener diesen Dornenzweig um sich schlägt so nehmen Menschen das wunderbare das kraftvolle Wort Gottes und verhauen Menschen damit und Vers 7 macht uns deutlich wenn du das Wort Gottes in den Mund nimmst dann musst du so sein wie Esra das wünsche ich mir auch für Nico er richtete sein Herz darauf dieser Schriftgelehrte in Israel richtete sein Herz darauf das Wort Gottes zu lernen zu tun und zu lehren in ganz Israel bevor er gelehrt hat hat er das Augenmerk darauf gelegt es erstmal selber zu tun und dadurch entsteht Kraft und das haben sie an Jesus bewundert sie haben gesagt ey Mensch dieser Jesus der lehrt anders als unsere Schriftgelehrte mit Vollmacht die Kraft des Geistes ist in ihm und mit ihm und woran haben sie das gesehen und gemerkt nicht nur daran wie er gesprochen hat charismatisch und wirkungsvoll sondern nein sein Leben hat davon Zeugnis gegeben Vers 8 wie das Festbinden eines Steines ist in einer Schleuder so ist wer einem Toren Ehre erweist das hatten wir schon das noch neues Bild wenn ich mir David vorstelle der hat seinen Stein in seine Schleuder festgebunden und will jetzt Goliath irgendwie und schleudert und schleudert und schleudert und plötzlich zack ist sein Kopf ab erweise einem Toren nicht die Ehre ein Schütze der alles verwundet so ist wer achso das hatten wir schon Vers 10 Vers 11 wie ein Hund der zurückkehrt zu seinem Gespei so ist ein Tor der seine Nahheit wiederholt siehst du einen Mann der in seinen Augen weise ist für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn und Geschwister das ist es wir wir wollen uns ausstrecken heute danach dass Gottes Weisheit uns erfüllt Gottes Liebe uns erfüllt dass unsere Quelle gereinigt wird dass wir die Mauer aufbauen die dazu hilft dass wir Widerstand leisten können am bösen Tag und die Mauer die darin besteht dass wir Gott zu unserer Nummer eins wieder neu erklären wie Stefan vorhin gebetet hat unsere Knie beugen vor unserem Herrn und König und sagen du bist der einzige Ich liebe das in Filmen gibt da diese was weiß ich ich muss jetzt mal überlegen also seien es nur Märchenfilme oder sonst irgendwelche Filme da gibt es diesen einen Offizier weißt du der voller Hingabe voller Loyalität seinem Herrn dient und sich durch nichts davon abbringen lässt und bereit ist sein Leben sogar zu geben für seinen König und unser König hat uns diese Loyalität gezeigt und lasst uns das heute wirklich auch von ganzem Herzen nochmal tun und sagen Herr ja ich will dir folgen und will mich durch nichts von dir trennen lassen du bist die Nummer eins und ich will das auch nicht zulassen dass wenn der Versucher herantritt und mich irgendwie auf Abwege ableiten will ich will bleiben ich will stehen so wie du zu mir gestanden bist möchte ich zu dir stehen damit meine Quelle rein bleibt Vater das wollen wir wirklich jetzt erbitten von dir Herr wir sehnen uns danach wir beten darum und ja wir müssen auch ein Stück Geduld haben damit aber wir strecken uns danach aus und bitten dich dass dein Geist das in uns bewirkt dieses Wachstum der Frucht des Geistes Selbstbeherrschung dass wir nicht hin und her geworfen werden sondern im Glauben überwinden alle gefühls in welche Richtung auch immer alles hin und her schwanken unserer Seele ja auch die Schmerzen in unserem Körper all das soll uns nicht regieren sondern du und dein Geist deine Liebe die du uns gezeigt hast am Kreuz von Golgatha deine Loyalität deine Treue sie soll Gestalt gewinnen in mir sie soll mein Leben beherrschen und mich freimachen von all dem was mein Leben einengen und bestimmen will was nicht von dir kommt Herr bitte tu das in uns tu das in mir Jesus Amen